Musik Eigude und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fan Fiction Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fan Fiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fan Fiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 158 Der Liebenswerte Am Abend knisterte bei Harry und Ginny der Kamin, weswegen sie nachschaute, wer sich bei ihnen um diese Uhrzeit noch melden würde. Hallo Ginny Du weißt aber, dass morgen Silvester ist. Natürlich weiß ich das. Ihr müsst auch nicht allzu lange bleiben, wenn ihr noch etwas anderes vorhabt. Ach, bevor ich das vergesse, würdet ihr bitte Hermine und Severus Bescheid geben? Die beiden sollen morgen bitte auch kommen. Ginny blinzelte erstaunt, nickte jedoch zustimmend und verabschiedete sich im Anschluss. Was war denn das? fragte Harry grinsend. Eine Einladung? Gab sie ihm neckend zur Antwort, obwohl er das durchaus hatte hören können. Nur warum Draco sie ausgesprochen hatte, das war ihm nicht klar. Das mit Snape übernimmst du, Harry. Ja, mach ich. Morgen halb eins? Sie nickte. Ich sag am besten gleich Bescheid. In den Kerkern standen Hermine und Severus im Labor an einem Tisch, über einem aufgeklappten Buch gebeugt, welches sie zeitgleich lasen. Wie wäre es, wenn ich das Buch zuerst lese und sie danach? schlug er mit raum Befehlston vor. In den Text vertieft, murmelte sie. Warum? Wir haben doch die gleiche Lesegeschwindigkeit. Klappt doch hervorragend. Aber ich möchte gerne Platz nehmen. Sie blickte aufgrund seiner nörgelnden Worte auf und stimmte ihm gelassen zu. Dann lassen Sie uns doch einfach Platz nehmen. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Buch mit einer anderen Person zur gleichen Zeit gelesen. Warf er ihr als ärgerlich klingende Tatsache vor, weil er dies jetzt tun musste und es offensichtlich nicht wollte. Sie stutzte. Dann haben Sie in der Schule nie ein Buch mit einem Mitschüler geteilt? Da seinerseits eine Antwort ausblieb, war es für sie Antwort genug. Dachte ich's mir. Fügte sie grinsend hinzu. Wir können in Ihrem Wohnzimmer weiterlesen, wenn Sie nicht hier an Ihrem Arbeitstisch sitzen möchten. Meinetwegen. Erwiderte er knapp und resignierend, bevor er das Buch zuschlug. Vor dem Gemälde von Salazar trafen beide auf Harry, den Severus hineinbart. Was kann ich für Sie tun? Fragte Severus höflich. Nichts. Ich wollte nur Bescheid geben, dass Draco uns morgen sehen möchte. Er hat uns zu halb eins eingeladen. Harry tätschelte den weißen Hund und bemerkte daher nicht den skeptischen Blick, den Severus ihm zuwarf. Warum? Hörte Harry ihn kurz darauf fragen. Ähm, ich weiß nicht. Das hat er nicht gesagt. Er hat Ginny und mich gebeten, morgen zu kommen. Und ich sollte Ihnen und Hermine auch... Das soll ein Grund sein? Unterbrach Severus. Hermine vermutete laut. Vielleicht wollen die beiden uns nur zum Essen einladen? Das soll ein Grund sein? Fragte Severus spöttig. Eine Einladung zur gemeinsamen Nahrungsaufnahme? Sie rollte genervt mit den Augen. Man kann sich während deines Mittagessens auch gut unterhalten. Es klang so, warf Harry erklärend ein, als würde es nicht allzu lang dauern. Sie kommen doch, Severus. Ich habe andere Dinge zu erledigen. Sie schnaufte, bevor sie ihm vor Augen hielt. Zwei Stunden ihrer Zeit können Sie wohl entbehren. Ich kann es jedenfalls und ich werde morgen hingehen. Wir arbeiten zusammen an einem Projekt und... Sie unterbrach mit einer beschwichtigenden Geste ihrer Hände. Severus, Sie haben erst letzte Woche gesagt, dass ich wie die anderen Schüler Ferien habe. Seine grantige Art verflog mit einem Male, denn sie hat recht. Sie hatten zwar zusammen gearbeitet, doch das war in ihrer Freizeit gewesen. Sie sollten sich auch mal eine Auszeit nehmen. Lassen Sie sich bewerten und unterhalten. Schlug sie ihm vor. Er verzog angewidert das Gesicht, sodass sie ihn ein wenig aus der Reserve zu locken versuchte, denn sie fügte leise hinzu. Ich bin mir sicher, es würde sich für sie sogar die Gelegenheit ergeben, mit Rekos Einverständnis mal einen Blick auf die Malfoyische Sammlung schwarzer Objekte zu werfen. Einer seiner Augenbrauen wanderte nach oben. Ein Mundwinkel folgte zögerlich. Nachdem das geklärt war, verabschiedete sich Harry wieder, sodass Severus und Termine sich aufs Neue dem Buch widmen konnten. Die halbbiografische Abhandlung des Paselmundes, der vor über 600 Jahren gelebt haben soll, war höchst interessant. Severus und Termine saßen nebeneinander auf seiner Couch. Das Buch lag halb auf ihrem, halb auf seinem Oberschenkel, als er nach dem fünften Kapitel leise fragte. Denken Sie das gleiche wie ich? Sie hatte dieselbe Textstelle erreicht und antwortete. Ich denke schon. Unser Mr. Kalitida hier war ein kluger Mann und ist durch Zufall auf etwas sehr Interessantes gestoßen. Und dieser Zufall ist sehr wahrscheinlich der einzige Grund, warum dieses Buch Jahrhunderte später in dem Verzeichnis für verbotene Schriften beim Ministerium aufgeführt wird. Das ist wirklich schade, sagte Hermine. Kalitida hat sehr hilfreiche Heimedon mit Schlangengift entwickelt und das Basiliskengift hat offenbar noch wesentlich besser gewirkt. Rheuma, Asthma, Nervenerkrankungen. Lass sie vor! Und wie es aussieht, hat er ein starkes Bedäubungsmittel hergestellt. Welches vervollständigtes Severus bei zu hoher Dosierung einen nicht kontrollierbaren, komaähnlichen Tiefschlaf herbeiführt, viel tiefer als der Tupor, bei dem der Patient zumindest noch Abwehrreaktionen zeigt. Es ist kein Wunder, dass man diese eine Entdeckung von Mr. Kalitida verteufelt, denn der Patient wirkt wie tot und ist den Menschen um sich herum hilflos ausgeliefert. Bellatrix muss Schlafesbruder mit Hilfe der Beschreibungen dieses Buches verändert haben. Wir müssen anhand der Untersuchungsergebnisse von Bansys Blut berechnen, wie viel Gift dem Trank beigemischt worden sein könnte. Ich frage mich nur, wie wir ein Gegenmittel herstellen sollen. Wenn wir die richtige Mischung des Tranks ausmachen könnten, dann wird ein Gegengift zumindest in der Theorie leichter zu finden sein. Sie lasen gemeinsam bis spät in die Nacht hinein und hatten am Ende das gesamte Buch geschafft, denn sehr dick war die Biografie nicht gewesen. Möglicherweise, so dachte Hermine, war das Buch nicht sehr umfangreich, weil Kalitida nicht sehr alt geworden war. Er war mit nur 34 Jahren verschwunden und später für tot erklärt worden. Die Vermutung hatte sich gefestigt, dass Kalitida seinem eigenen Basilisken zum Opfer gefallen sein musste. Am nächsten Morgen hatte sich Hermine dezent, aber elegant gekleidet, denn sie hatte nicht einmal eine Ahnung, welchen Anlass Dracos Einladung haben würde. Überpünktlich trat sie aus dem Kamin der Bibliothek in Malfoy Manor, wo sie Severus in die Arme stolperte, der wenige Sekunden zuvor vor ihr hergeflot war. Er half ihr, das Gleichgewicht wiederzufinden. Die Zeitplanungsbau, ich beiden identisch wie ich sehe, murmelte Draco schmunzelnd, denn beide waren fast genau fünf Minuten vor halb eins eingetroffen. Herzlich willkommen. Darf ich nach dem Grund fragen? Warum sind wir eingeladen worden? fragte Severus fordernd. Einmal die Schultern hebend und senkend erwiderte Draco als Frage formuliert. Zum Mittagessen? Er lächelte einseitig, was ihn für einen Augenblick wie sein Vater aussehen ließ, doch die Augen des jungen Malfoy spiegelten nichts von Boshaftigkeit oder Arroganz wider. Pünktlich traten auch Harry und Ginny aus dem Kamin. Das dösende Baby im Arm haltend, erklärte Harry, Die Apparation hatte er bisher immer gut überstanden, aber ich hatte nicht gedacht, dass er bei seiner ersten Reise durchs Flohnetzwerk einfach einschläft. Ginny schaute sich Nikolas an. Er hat eben die Flasche bekommen. Natürlich ist er danach müde. Draco folgend nahmen alle die Treppe ins Erdgeschoss und als sie an der Küche vorbeikamen, schlug ihnen ein kräftig würziger Duft entgegen, der einem das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Von ihrem Gastgeber wurden sie in den grünen Salon geführt. Die Tafel war bereits angerichtet und Narcissa erledigte noch den letzten Schliff, in dem sie eine Stoffserviette durch einen silbernen Ring zog und auf einen der Sechsteller legte. Aufmerksam betrachtete Hermine den großen Raum, in welchem vor kurzem noch die Hochzeit von Susan und Draco stattgefunden hatte. Der Wintergarten war wieder durch Fensterscheiben vom Raum abgetrennt, was sicherlich Wobble zu verdanken war. Nun wirkte der grüne Salon nicht mehr ganz so unübersichtlich groß. Hier und da stellten prächtige, hochgewachsene Pflanzen in riesigen Thontöpfen einen wahren Blickfang dar. Die Atmosphäre war sehr gemütlich. Zwei Dinge fielen Hermine jedoch auf, und zwar die nur sechs Gedecke, wo sie doch sieben sein würden, und... Wo ist Susan? ...wollte sie wissen. Ein seliges Lächeln legte sich auf Dracos Gesicht, bevor er sagte, Sie wird nicht mit uns speisen, aber wir können sie nach dem Essen kurz aufsuchen. Severus machte ein Gesicht, als würde ihm ein Kürbisbrötchen quer am Hals legen, so dass Draco versicherte. Nur wer möchte, versteht sich. Das gemeinsame Essen, Narcissa hatte gekocht und die Gäste bewirtet, verlief sehr angenehm und locker. Selbst Severus fand Gefallen an einigen Gesprächsthemen, und er konnte sich sogar mit Ginny, die er natürlich weiterhin Miss Weasley nannte, bestens über Zaubertränke unterhalten, denn sie sprachen überwiegend über ihren großen Bruder Charlie und seine Arbeit mit den Drachen. Nach dem Dessert, einem Mousse au Chocolat, von dem Hermine aufgrund ihres Lobes ein zweites Schälchen von Narcissa erhalten hatte, folgten Hermine, Ginny und Harry ihrem Gastgeber in den ersten Stock, während Severus unten bei Narcissa blieb, um über die schwarzmagische Sammlung ihres Gatten zu diskutieren. Einen Moment bitte, sagte Draco, bevor er hinter einer Tür verschwand. Es dauerte nicht sehr lange, da kam er mit einem Bündel im Arm zurück, während er über das ganze Gesicht strahlte. Susan schläft, sie ist noch sehr mitgenommen von gestern, sagte Draco leise, während er die Gesichter seiner drei Gäste auf sich wirken ließ, denn jeder hatte die Augen weit aufgerissen. Das überraschte Lächeln, als sie auf das in Decken gewickelte Baby einen Blick zu erhaschen versuchten, machte ihn schon ganz stolz. Vorsichtig legte er das Gesicht des schlafenden Babys frei, sodass Harry, Ginny und Hermine zeitgleich wonnig seufzten. Mein Patenkind, schwärmte Harry leise, seine Augen strahlten eine Wärme aus, die Draco glatt die Sprache verschlug. Ein Junge oder ein Mädchen? wollte Ginny wissen. Erst jetzt hatte Draco seine Stimme wiedergefunden. Ein Junge, 3310 Gramm, 48 Zentimeter, antwortete der stolze Vater. Gott, hat es Susan ist gut. Niklas war ein Kilo schwerer gewesen. Besagtes Baby nahm sie Harry aus dem Arm, damit er seinen Patenonkel begrüßen konnte. Neugierig, fragte Hermine. Ist denn der Blutzauber schon gesprochen worden? Aber selbstverständlich. Allerdings... Draco hielt inne, weil Harry den kleinen Jungen reichte, der ihn behutsam an sich nahm. Allerdings zählt ihr laut Blutschutz alle zu meiner Familie. Harry als Patenonkel, Ginny als seine Verlobte, Severus als mein Patenonkel und du. Er blickte Hermine in die Augen. Als meine Trauzeugin. Alles völlig egal. Das mit dem Paten und seiner Familie verstehe ich ja noch, sagte Harry, aber dass man als Trauzeuge auch gleich vom Blutzauber als Familienmitglied gezählt wird? Hm, warum sollte das nicht so sein? Sagte Draco entgeistert, denn es war ihm ein Rätsel, warum Harry so eine Frage stellte. Hannah und Hermine sind mit ihrer Unterschrift auf der Heiratsurkunde mitunter unsere Ängsten vertrauten. Wie du auch. Ich bin da nicht so richtig informiert, Draco, gab Harry kleinlaut zu. Ich weiß nur, dass ich mich um das Kind kümmern würde, sollte euch, Merlin bewahre, irgendwas zustrußen. Nickend bestätigte Draco. Wenn wir das Zeitliche segnen sollten, Harry, dann schlüpfst du in meine Rolle und zwar ohne Einschränkung. Das heißt, du wirst auch das Erbe für ihn verwalten, bis er volljährig ist. Mit zusammengekniffenen Augen fragte Draco skeptisch nach. Du hast wirklich keine Ahnung, auf was du dich mit deiner Patenschaft eingelassen hast? Doch, doch, wollte Harry ihm weismachen. Hermine warf ihm einen beruhigenden Blick zu, der ihm versicherte, dass sie ihm später haarklein alles erklären würde. Das kleine Baby in seiner Armbeuge betrachtend, fragte Harry, wie heißt er? Harry rechnete fest mit einem außergewöhnlichen Namen, denn die Namen von Vater und Großvater waren nicht gerade alltäglich und ein Malfoy würde dem Namen seines Kindes sicherlich diese Tradition wahren wollen. Umso mehr erstaunte es ihn, als Draco antwortete. Charles. Charles? antwortete Harry staunend. Das ist sein Rufname. Der vollständige Vorname lautet Charles Erasmus, informierte Draco. Ginnys Augen begannen zu leuchten. Erasmus hieß mein Großvater. Ich hatte auch erst überlegt, ob ich Nicola so benennen soll. Still lächelte Hermine in sich hinein, denn sie kannte die Bedeutung des zweiten Vornamens. Wollen wir wieder runtergehen? fragte Draco. Ich würde gern, dass Severus ihn auch mal sieht. Harry wollte Charles bereits an den Vater zurückgeben, da erlaubte ihm Draco. Nein, trag ihn ruhig. Ich werde noch oft genug dazu kommen. Im grünen Salon unterhielten sich Narzissa und Severus gerade ungestört über einige der schwarzmagischen Objekte, auf die Severus schon vor zwei Jahrzehnten ein Auge geworfen hatte. Gibt es noch den Zankapfel? Hat Lucius ihn noch in seinem Besitz? fragte Severus sehr interessiert. Ja, den gibt es noch, aber ich finde ihn besonders abscheulich, erwiderte sie mit gerümpfter Nase. Wenn es dir so viel Kummer bereitet, ihn in deinem Besitz zu wissen, dann... Nein, den kann ich dir nicht aushändigen, Severus. Der richtet nur Chaos an. Aber nicht für den Besitzer. Ich bin ja nur an dem Zauber interessiert, der auf dem Objekt liegt, versicherte er ihr mit ruhiger Stimme. Ich weiß nicht. Da fragst du besser Draco. Alles hier gehört laut Ministerium ihm, weil ich es damals in meinem beeinträchtigten Zustand für richtig gehalten hatte, meinen Sohn über alles verfügen zu lassen. Was ist mit dem Pfeilungbogen des... Die Tür öffnete sich, weswegen Severus seine Frage für sich behielt. Seine Augenbrauen wanderten unmerklich in der Höhe, als er die vier jungen Leute sah, die nun zwei Bündel mit sich herumtrugen. Severus blickte Narzisse an, die ihm ein warmherziges Lächeln schenkte. Du bist nun Großmutter? fragte Severus leise. Es schien, als würde er sich für sie freuen, denn es hatte sich kein Fältchen um seine Augen gelegt, die anstelle seines Mundes zu lachen schienen. Narzisse nickte, während sie ihren seligen Gesichtsaustrug nicht verlor. Severus, hörte er seinen Patensohn gut gelaunt sagen. Darf ich dir das neueste Mitglied der Familie Malfoy vorstellen? Severus erhob sich und schaute zwischen den beiden Bündeln hin und her, verweilte dann mit seinen Augen auf dem kleinen Harrys Armen und näherte sich seinem Kollegen. Die Decke behutsam umschlagend, legte Draco das Gesicht des kleinen Jungen frei, der noch immer schlummerte. Ein Junge, oder? Draco bestätigte. Ja, ein Junge. Charles Erasmus. Erasmus? Vor zwei, drei Generationen war das ein sehr verbreiteter und beliebter Name. Warf Severus als Tatsache in den Raum hinein, während er das Kind betrachtete und seine Miene derweil keine Gefühle preisgab, nicht einmal mehr seine Augen. Nach einem kurzen Moment machte Severus eine weniger charmante Feststellung. Er ist runzelig. Hermine rollte mit den Augen. Das ist völlig normal. Das geht in ein paar Tagen weg. Da Severus so dicht bei ihm stand, fragte Harry, während er das Bündel an die Brust seines Kollegen drückte. Wollen Sie ihn mal nehmen? Nein, antwortete sein Kollege erschrocken, doch es war zu spät, denn Harry hatte ihn längst überrumpelt. Severus' Arme hielten den Jungen bereits. Er konnte es nicht verhindern, an den Moment zu denken, an welchem Lucius ihm damals stolz den eigenen Spross in den Arm gelegt hatte. Severus betrachtete das Kind, dessen Augen hinter den geschlossenen Lidern zaghaft hin- und herrollten. Die Haut mochte runzlig sein, aber er war sich sicher, dass sie samtig weich sein würde. Sollte er es wagen, das Gesicht des Babys zu berühren, wovon er sich selbst abhielt. Severus konnte sich kaum vorstellen, dass man mit diesem Kind in einigen Jahren bereits kommunizieren können würde, dass dieses Kind in elf Jahren sehr wahrscheinlich einen Brief aus Hogwarts erhalten würde. In dem Augenblick, als diese Gedanken seinen Geist fluteten, da erinnerte er sich daran, damals das Gleiche gedacht zu haben, als er Draco das erste Mal gehalten hatte. Severus schaute unbemerkt auf und erhaschte einen Blick auf den jungen Mann, dessen leichte, zerbrechlich wirkende Gestalt er vor über 20 Jahren in seinen Armen gehalten hatte, der so frech gewesen war, ihm mit den kleinen Händen an die Nase zu langen. Wieder zu Dracos Kind schauend, dachte Severus, wie unglaublich es schien, dass ein schlafender Säugling so viel Ruhe und Frieden ausstrahlen konnte. Erträglicher war es momentan für Severus, wenn nur Draco und er im Raum wären, doch vor allen anderen das Kind zu halten, war ihm unangenehm. Den unbehaglichen Augenblick überspielend, sagte Severus, nachdem er den hellroten Pflaumen auf dem Kopf des Babys entdeckt hatte. Es wird wohl erstmalig mit den Traditionen gebrochen, denn soweit ich unterrichtet bin, waren alle Mitglieder der Malfoy väterlicherseits durchweg blond. Kommt darauf an, was die Eltern so für Gene mitbringen, warf Hermine heiter ein. Aber bei den Kleinen sieht man ja schon, dass Susans Veranlagung für rote Haare kräftig mitgemischt hat. Sie lächelte, als sie Charles betrachtete, woraufhin Severus mit einem hoffnungsvollen Unterton in der Stimme fragte. Hatten Sie ihn schon mal gehalten? Sie schüttelte den Kopf, sodass er ihr das Bündel entgegenhielt und erleichtert ausatmete, nachdem sie das Baby an sich genommen hatte. Sich seinen Patensohn am Oberarm greifend, führte er ihn unauffällig wenige Meter von den anderen weg, bevor er vorwurfsvoll sagte. Du hättest mich auch einfach über den Nachwuchs unterrichten können. Schnaufend konterte Draco. Damit du uns gar nicht mehr besuchst? Mit nachsichtiger Stimme fügte Draco sofort hinzu, um seine Anschuldigung schnell wieder zu entkräften. So schlimm war es nicht, ihn einmal zu halten, oder? Severus schien kurz überlegen zu müssen, schüttelte jedoch kurz den Kopf. Denk dran, Severus, dass ich dich gerne zum Patenonkel gemacht hätte. Mit Harry bist du in dieser Angelegenheit wesentlich besser bedient, lausete Severus ernst gemeinter Stellungnahme. Ich bin für so etwas zu alt. Jetzt platzte Draco der Kragen, doch er behielt seine Stimme unter Kontrolle. Meine Güte, du wirst erst 44? Von wegen zu alt. Aber du hast recht damit, wenn du meinst, dass Harry bestens für diese Aufgabe bestimmt ist. Draco blickte zu Harry hinüber, der das Baby in Hermines Armen federleicht am Kopf streichelte und derweil etwas zu Ginny sagte. Ich bin in gewisser Weise froh, dass er zugesagt hat, auch wenn ich es mit einem weinenden Auge betrachte, dass du dich einer solchen Aufgabe nicht gewappnet gefühlt hast. Du willst es also nicht verstehen, oder? Fragte Severus missgelaunt, aber auch gedämpft klingend. Ich würde es gern verstehen. Erwiderte Draco ehrlich, doch wie er es geahnt hatte, äußerte sich Severus nicht dazu. Übermittel doch bitte deiner Gattin meine Glückwünsche und ich möchte mich für das vorzügliche Mittagessen bedanken, wenn du mich jetzt entschuldigen würdest. Severus verließ ungeachtet von den anderen den grünen Salon und Draco wusste, dass sein Patenonkel den Kamin im ersten Stock nehmen würde, um sich klammheimlich davon zu stehlen. Von der Tür, die Severus eben von außen geschlossen hatte, blickte Draco hinüber zu seinen verbliebenen Gästen. Hermine und Harry standen noch immer zusammen und bestaunten den Jungen, während seine Mutter sich in Ginnys Nähe auffiel und deren Sohn betrachtete, sich derweil mit der Rothaarigen gelassen unterhielt. Plötzlich begann eines der Kinder zu schreien und es war nicht Nikolaus. Oh, machte Ginny mitfühlend, als sie sich Hermine näherte. Dem Geschrei von Charles Worte verleihen wollend, versuchte sie sinngemäß zu interpretieren. So viele Menschen auf einmal. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich möchte zu meiner Mama. Lächelnd nahm Draco seinen Sohn von Hermine entgegen und bestätigte. Ich bin davon überzeugt, dass er genau das denkt. Ich bin gleich wieder da. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.